Cheerio! Willkommen zur Tea-Time. Zur allerersten Folge... Oh, ja natürlich. Oh, heiß noch heiß. Aber das wärmt einen auf direkt nach der Wachteljagd. Es ist immer schön hier auf unserem britischen Landsitz. Mit unserem Beagle-Bowd in unserem Wald. Da hinten fliegen so ein paar Wachtel noch vorbei. Fliegen die überhaupt? Ja, die fliegen, ne? Wachtel sind schon richtige Vögel, ne? Das sind keine Pinguine, die jetzt nicht fliegen können oder so. Kein Totus. Ja, zur Begrüßung darf ich Ihnen etwas zu Naschen anbieten. Ja, selbstverständlich. Mein Kleid ist und schmeckt es natürlich, immer gern. Hmm. Oh, wird aus. Mhm. Falls ihr euch jetzt fragt, wo bin ich hier gelandet? Haben wir uns vorgenommen, so ein kleines regelmäßiges Format zu machen, so sagen wir einmal in der Woche. Und in der wir einfach uns ein bisschen unterhalten über verschiedene Themen, die uns gerade momentan beschäftigen. So ein bisschen Wochenrückblick oder so, kann man sagen. So ein bisschen wöchentliches Format. Einfach ein bisschen, wie gesagt, quatschen und ein bisschen drüber reden, was wie gesagt gerade momentan bei uns im Leben vor sich geht und uns beschäftigt. Außer, dass der Tee kalt wird. Der Kee kalt. Ich weiß nur in den Mund. In den Mund. Ich weiß nur in den Mund. Im Zweifel in den Mund. Sehr schumm. Ja, auf jeden Fall mit vollem Mundreden gehört sich so. Ist sehr schick. Wie gesagt, wir haben eigentlich, also auf unserem Landsitz ist so eine gediegene Stimmung hier. Wir haben eigentlich keine Probleme, wie wir uns beschäftigen. Ja, richtig. Ist eigentlich alles sehr gediegen, aber trotzdem haben wir irgendwie Gesprächsstoff, denke ich mal, über den wir reden könnten. Ich habe was Trauriges direkt zu Beginn. Das haben wir gestern ja festgestellt. Traurigerweise. Nachdem wir in einem hiesigen Elektromarkt unsere neuen 8K-75-Zoll-Fernseher beäugt haben, auf denen wir dann unsere Porträts in den 8K beäugen können. Ne, ähm, haben wir gemerkt, dass hier der Frontmann quasi von Prodigy verstorben ist. Also, beziehungsweise nicht verstorben, sondern sich selbst das Leben genommen hat. Sag mal. Was ist denn, wie er heißt? Ich weiß, das war ja nicht mehr auswendig. Ja, kannst du mal nebenher kuchen, wenn du magst. Keith, irgendwas? Ja, ein bisschen traurig. Also, mit, ich weiß, du brauchst du schon ein Oldschool-Handy. Ja, ein bisschen schade. Wobei, ich wusste auch nicht mehr, dass die großartig was machen. Natürlich früher, da waren die es gab, aber wahrscheinlich Anfang der 90er oder so haben die schon krass Techno-Zeug gemacht, so. Ja, auf jeden Fall. Mir ist auch gestern wieder aufgefallen, dass das immer noch richtig geil klingt. Also, könnte von heute sein. Auf jeden Fall. Richtig zeitlos. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss halt auf solche Musik halt ein bisschen stehen, aber prinzipiell ist es so Sachen wie, keine Ahnung, so Klassiker wie Firestarter. Oder, wie heißen die alle? die ganzen Single-Auskopplungen kennt man wahrscheinlich alle. Ja, halt beim Arme. Aber ja, gerade Firestarter können wir halt das haben wir auf jeden Fall. Das hat man auf jeden Fall. Das hat man auf jeden Fall. Er heißt Keith Flint. Hat sich das Leben genommen. Was ist denn Keith Flint? 49 Jahre alt war er erst. Na gut. Der war damals, der muss ja noch vor Jugendbesitz sein. Ja klar. Als es losging. Ich bin beißen jetzt. Wahrscheinlich waren die jetzt so 25 Jahre oder so grob im Biss. Ja. Ja, kannst du mal runterrechnen. Also, es war auf jeden Fall eine Wahl. Wie gesagt, die sind ja, die haben jetzt noch eine Tour gehabt. Hätte jetzt noch eine Tour gehabt. Das hat mich sehr überrascht. Bis Mai. Ich habe es, wie gesagt, im November gab es ein Album. Ich bin an Social Media Kanälen. So einen Löffel habe ich noch vergessen. Hätte ich noch ein bisschen umrühren können. Der Zucker, das ist jetzt so richtig aus. Und die Milch. Ich will es in der Trommel spielen. ja, wie gesagt, krass, das hat mich voll überrascht. Ich habe es vorher irgendwie in Facebook habe ich noch mal so durchgescrollt. Habe halt irgendwas mit Prodigy gelesen gehabt. Aber, wie gesagt, nur so eine Schlagzeile und habe es da gar nicht wirklich nur mit Prodigy gesehen und den Frontmann halt abgebildet. Und dann habe ich gedacht, ja gut, die sind irgendwie zurück. Machen irgendwie was Neues oder so vielleicht. Ja, ich habe auch nur über YouTube erfahren. Na gut, es war auch bloß Zufall, dass wir es dann in den Medien, also in diesem Fachmarkt für Elektronik. Es war gar nicht dieser Media. Nee, es war nicht gar nicht. Es war der, genau. Der Asch. Es war planetähnliche. Ja, wie gesagt, das war echt Zufall, dass ich es gar nicht gesehen habe. Also ich habe gar keine große Gedanke drüber gemacht. Aber wo man es dann eins und eins zusammengezählt hat, Ja, dazu ergeben, dass es wieder alles voll mit den News. Es ist jetzt schade, aber auch, ja, Zersport ist halt auch immer so eine Sache. Ja, wobei, Depressionen, mit dem Thema gehe ich mich ja ein bisschen aus. Also das ist, den Verdecken hier mit meinem Felgen Armlehne, nicht auf die leichte Schulung zu nehmen. Das Ganze. Also das ist schon was Schlimmes. Ja, definitiv. Also, willst du auch nicht runterreden oder so, ich weiß nicht, was die Leute für Probleme haben. Ich meine, wie aussichtslos muss es sein, dass du es durchziehst? Mhm. Weiß mal nicht wie. Ich weiß es nicht. Jetzt musst du einfach selber nachchecken, ähm, was er gemacht hat. Wahrscheinlich, ich sag mal, das ist ja irgendwie, was ich, wenn du einen goldenen Schuss oder einen richtigen Schuss. Ja, ich lege eher so Tabletten, das ist so ein bisschen Dosis. Mhm. Ja, der immer wahrscheinlich auch wieder so, gerade durch den Lifestyle wahrscheinlich auch, dem entsprechend, was ich droge im Spiel gewesen oder so. Weiß nicht, die sind dann eh meistens irgendwie, dann haben sie irgendwie Suchtprobleme oder so. Aber er hatte wohl keine Kinder und nur eine Ehefrau. Mhm. Ja, trotzdem, wie gesagt, ich, man kann es irgendwie, wenn man schon ein bisschen mal Probleme hatte oder so, schon ein bisschen nachvollziehen, so. Ähm, aber ich finde es halt immer so ein bisschen, so ein, ja, Ausweg, den man es vielleicht nicht spielen sollte, weil man halt, ich finde es sehr egoistisch halt einfach. Klar, wenn es nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr, aber, man muss halt, für einen selber ist es natürlich scheiße, also, aber, wenn es dann vorbei ist, ist es vorbei, aber für die anderen. Aber irgendwann schmeckt es ja auch in den Rahmen, wo, weißt du, wo du damit auch Rücksicht auf die anderen nimmst, klar, ich weiß schon, aber, so schlimm, dass, aber, wie gesagt, fang mal direkt mit dem Daumen an, ist super cool. Was gibt es sonst noch? Es gibt coole Updates bei Pokemon Go. No, natürlich nicht. Ähm, aber es gibt Neuigkeiten zu Pokemon allgemein, ne? Also, Nintendo hatte, ähm, letzte Woche, ja, letzte Woche, ähm, Nintendo Direct, extra Pokemon Direct quasi gemacht, und neues Pokemon, neue Pokemon Generation angekündigt, mit einem neuen, erste, erste vollwertige Pokemon auf einer, quasi, Heimkonsole, also auf der Switch halt dementsprechend, Pokemon Schild und Schwert, Schwert und Schild, in einem, ähm, britische Setting, passend, oder? Ja, aus der Gegend, da springt einer draußen rum, oh, guck mal, ganz, ganz, ähm, ähm, es gibt bestimmt ein Wachtel-Pokemon. Wachtel-Pokemon, natürlich. Ja, also, ich habe auch gestern, irgendwie, äh, hast du dich auch gesehen, ein bisschen bei, hier, der Konkurrenz, die auch quatscht, ne, keine Ahnung, ähm, das halt gerüchteterweise irgendwelche legendären Pokemon ein Holzpferd und eine Stahlschlange werden könnten? Nein, das habe ich noch nicht gehört. Okay. Ich habe es also nicht ganz zum Ende angeguckt, diesen Talk am Montag. Boah. Von daher ist es schiebbar, sagen wir mal so. Hm. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Und ich freue mich sehr für alle Pokemon-Fans immer, wenn ein neues Pokemon rauskommt. Und gerade für die neuen Generationen, die jetzt irgendwie nicht so viele Pokemon gezockt haben wie wir, oder nicht so jahrelange Erfahrung haben quasi. Für die ist es natürlich schön, immer neues Pokemon zu bekommen. Aber so für alteingesessene ist es halt meistens ein bisschen so meh. Weil halt Innovation, meiner Meinung nach, immer fehlt. Total. Also, das ist ja, das hat sich ja grundlegend vom Spielprinzip nichts geändert. Also, von wann kommt das erste raus? 96 oder so? Ne, 98? Ne, 94. Ach Gott, 94 schon. 95 ist die erste blaue und rote Generation und seitdem hat sie eigentlich quasi nicht viel gemacht. es wird sie gleich im Prinzip so. Standard-Pokémon wählen, rumlaufen, andere Pokemon bekämpfen und einsammeln. Ist es jetzt wieder mit Random Encounter? Ist es jetzt wieder mit Random Encounter, nachdem sie ja bei Pokemon Let's Go das rausgemacht hatten. Was eigentlich... Alle haben es gefeiert. Alle haben es gefeiert, aber wer hört schon auf die Fans? Ja, also... Meine Begeisterung hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Ja, wie gesagt, also... Für das Setting eigentlich gar nicht so schlecht, aber es sieht einfach aus wie ein Spiel vor zehn Jahren. Ja, also... Es ist halt also... Null... Null atemberaubend oder so, wie es aussieht. Also es ist wirklich einfach... Ja... Es sieht halt so aus wie es... Wie man sich es vorstellt, wird es halt einfach in einer... Neuere Grafik, aber wie gesagt auch nicht atemberaubend. Also wie gesagt, es ist halt einfach keine... Abgesehen von Stilistik, die natürlich... Wie gesagt, es ist halt immer so ein bisschen... Sie soll ja ein bisschen kindlich auch sein oder so, aber... Ja... Stilistik ist halt auch nicht wirklich ansprechend für jemand wie mich oder so, wo es irgendwie... Ja... Dann auch eher erwachsen ist. Ne, aber... Wie gesagt, die Grafik ist halt auch... Wie gesagt, weit weg von Atemberaubend so. Also es ist einfach nur... Ja... So das Nötigste ist. Ja, wie gesagt, es wird wieder genau die gleiche repetitive Scheiße, wie es bis jetzt immer war. Ist schon gleich dran, was ist dein Ding? Wie ist das? Ist dein Cape? Das ist ja so... Ich habe nichts gesehen. Ähm... Ja... Ja, genau. Repetitiv und von nachlässigbar. Also für Leute, die jetzt irgendwas Innovatives erwartet haben. Sorry! Also ich hätte auch keinen Bock drauf, wieder eine Million Radfratze zu fallen oder so. Ne, wie gesagt, also mich reizt Pokémon schon lange nicht mehr. Also so normalen Spiele, wie gesagt, ich hätte halt... Wahrscheinlich würde mich noch am ehesten von den neueren Sachen, dieses... ähm... Tekken... äh... Pokémon Tekken... oder... hier proteste und da proteste. Und die waren da einfach alle... Nein, da waren da gar keine Botschaft. Das waren alles Bots, Alter. Ja, stimmt. Das war noch alles... Das hat keiner umschrieben, Alter. Alles Bots, ja. Das ist doch ein Quatsch, Alter. Immer diese Hacker, die haben da einfach kurz mal... wie viele Millionen... keine Ahnung... neben ihre Bitcoins-Gefarme... Habst du da kurz mal... was gemacht? Ne, ähm... Ja, absolut Bullshit. Also man merkt halt einfach, dass die Politik... oder dass die Politiker einfach... zu alt sind. Also dass mal eine neue Riege einfach ran muss. Ist das? Und auch, wie gesagt, also allgemein die Wählerschaft, die ist ja allgemein zu alt. Also einfach mal... Ja, frischer Wind ist einfach nötig. Da muss die Alternative her, aber nicht die Alternative her. Also... Wählt die richtige Alternative. Ähm... Und ja, wie gesagt, das ist ganz stark vergessen. Also diese Politik einfach, diese Lobby-Arbeit, das ist einfach Katastrophe. Ich beschäftige mich nicht großartig mit Politik, aber... Aber gezielt, weil ich mich sonst nur aufregen würde den ganzen Tag. Ja, weil du... Ja, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst... Und ich spiele Pokémon Go, meine Nerven sind schon am Ende. Ja, schon. Es ist wirklich also Katastrophe, wenn du dich sobald mit dem Thema beschäftigst. Es ist einfach nur... Es ist halt lachhaft. Also Demokratie kannst du halt einfach das nicht mehr nennen, was wir haben. Also das ist einfach lachhaft. Es ist ja... Ja, es ist geblinkt. Ja, also das wird... Ja, es wird uns halt vorgesetzt. Die Freiheit, die ist halt nicht wirklich vorhanden, sondern es ist halt einfach... Wenn du dem System nicht spurst, dann... Von wegen dem deutschen Volke, ja, klar. Dem deutschen Gelde vielleicht. Ja, aber wie gesagt, also ich habe mich da ein bisschen... Ich habe ein bisschen was gehört, so und YouTube kommt mir ja nicht drum rum. Aber ich will mich da auch gezielt nicht damit befassen. Ja, also du hast halt jetzt als... Als Endverbraucher... Merkst du es vielleicht auch nicht so deutlich. Weil du ja... Klar, wenn du jetzt dann gewisse Sachen nicht mehr bekommst, beziehungsweise weil halt Leute nicht mehr das machen können, was sie vorgemacht haben, dann merkst du halt schon, dass die halt Sachen fehlen. Also plötzlich jetzt... Ist plötzlich halt YouTube nur noch eingeschränkt zur Verfügung steht oder sowas. Klar, aber im großen Ganzen... Ich kann mir nicht mehr innerhalb von... Ja, cool, okay. Das zollte ich jetzt, weil ich jetzt sage, aber ich kann mir nicht mehr innerhalb von vier Sekunden jedes Lied runterladen. Oh Gott. Na gut, das ist sowieso, ja. Also sowieso natürlich dann nochmal... Wenn du so illegal... Wenn du irgendwas illegal machst oder halt irgendwas, sag ich mal, äh, nicht so ganz... Ja, auf dem rechtliche Weg, dann ist das nochmal schwieriger. Darauf zieht es wahrscheinlich auch... Oder... Das ist die Ausrede, worum sie es machen wollen. Die andere Sache ist natürlich einfach nur die, dass sie mehr Geld scheffeln können dadurch. Als hättest du nicht... Großkonzerne noch mehr Geld. So, so genug. Ja, das ist einfach... Das ist der einzige Punkt. Und das ist ja gerade für... Auch Leute für mich oder so, so kleinere Leute, die halt gerne irgendwie kreativ sind oder so. Und... Oder halt auch, wie gesagt, viele Webseiten oder so, die halt irgendwie... Kleine Webseiten, die sich halt irgendwie nur durch... Durch, ich weiß ich... Durch Fans halt über Wasser halten können oder so. Das kannst du nicht vergessen, weil du halt dann nicht mehr das machen kannst, was du machst so. Und du halt nicht leisten kannst, die Firmen zu bezahlen, alle für ihren... Ihren Content. wenn du ja nicht mal... Äh... Wie gesagt, bei mir ist ja auch so, wenn ich jetzt nur das System des Playouts habe, kannst du ja vergessen. Du kannst ja nichts mehr machen. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist mit der Monetarisierung. Ob das dann... Es da auch nochmal Unterschiede gibt, wie es halt momentan auch geregelt ist. gerade jetzt allgemein bei YouTube ist ja noch... Geht's ja noch, weil du hast ja eh schon diese Filter bei YouTube selber, dass du jetzt ja gewisse Sachen nicht verwenden darfst und das dann automatisch ja geklamt wird oder halt beansprucht wird vom Rechteinhaber oder so. Aber... Wie es dann ist, ob das auch dann für Nicht-Monetarisierung gilt oder nur für Monetarisierung, das weiß ich auch nicht, wie das dann ist. Dann halt gar nicht machen darfst, obwohl du gar kein Geld dafür verlangst oder so. Weil... Ich meine, damit schneiden sich halt teilweise auch ins eigene Fleisch. Also wie ich gehört habe, kommt ja die härteste, wohl die härteste Form von der Trio-Teil. Ja, also eigentlich quasi schon. Also das ist... Also das muss man überraschen. Aber... Ja, ich hoffe halt mal, dass es nicht so schlimm wird, wie es jetzt halt auch teilweise kommuniziert wird, aber... Ja, ich frage mich halt, wie sie es umsetzen wollen, weil sie selber ja gar kein Plan haben, wie sie es machen wollen. Die Idioten. Ja, es ist erstmal so ein... So was zu planen, aber ja gar kein Plan haben, so wie überhaupt zu machen, also... Ist genau wie unsere Britannien mit dem Brexit. Ja, ja. Keine Ahnung von gar nichts. Bisschen raus, aber ey, warte mal, wir brauchen doch vielleicht doch noch ein paar Sachen von euch zu... Hm. Ja. Das ist jetzt auch jetzt hier im März. Ende März. Ist doch... No Deal. Brexit. Ja. Ja, stimmt. Aber ich bin mir... Bin ich mal gespannt. Ja, wie gesagt, also das ist alles so immer leicht gesagt, ja. Ich weiß gar nicht, was es sonst noch momentan... in der Welt gibt. Also läuft alles wie üblich, ne? Wir haben irgendwie komische Leute an der Macht, die einfach... nicht mehr ganz sauber sind. Ja. Trump. Kleine, kleine... Kleine... äh... Topfnit-Asiate und... hier um so'n... der... den einfach... Gesetzaktor des Worte. Ja, ich bin nix gegen nix gegen... also... aber der Typ aller könnte einfach direkt einfach über den Haufen geschossen, meiner Meinung nach. Ich frage mich ab und zu mal, frage mich... Das würde sie ja alle gerne machen, aber der hat Atombombe. Ja, aber... wenn er tot ist, dann kann er das nix mitzünden. Also... Wir haben wissen, was die CIA und irgendwelche anderen Vereinigungen ständig für Zeug machen. Weiß? Können Sie doch mal so'n Typ da um die Ecke bringen. Aber ganz ehrlich, keiner hat Hitler vermisst, oder? Oder irgendeine Figur in einem Schachspiel. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist es leider immer so, dass irgendwelche anderen Sachen dahinterstehen, aber... Ja? Weiß halt nicht. War nicht so gemeint, übrigens. War nur ein... Soll ich nur als Ausdruck meiner... Kein Upsi. ...meiner... ...meiner Rage darstellen. Ich habe nichts gegen irgendwelche... Wie man so's denn sagt. Britisch korrekt, ja. Britisch korrekt. Ne, Quatsch. Ja, wir haben uns ein paar neue Games gekauft. Oh, das können wir eigentlich auch... Das können wir eigentlich mal kurz... Ähm, ja. Ich habe mir endlich Dishonored 1 und 2 geholt. Und das mal nachzuholen. Dann standen wir über mein Haupt. Ja, gut, okay. Das sind jetzt auch keine Spiele, wo jetzt, glaube ich, also... Es war eigentlich schon, glaube ich, ein bisschen ein Wunder, dass da überhaupt ein zweiter Teil rauskam, wobei der erste Teil, glaube ich, bei den Fans mega beliebt war, aber es auch kein Verkaufsschlager war, oder so. Ja, also... Ich finde einfach das Ding mega geil. Da werde ich heute Abend wahrscheinlich mal kurz reingucken. Ich finde es auch, also... Muss halt eh... Wenn ich damit anfange, ich muss eigentlich erst Alien Isolation durch. Ja, das ist halt... Schwere Kost. Wobei ich... Ich glaube, der 1 ist nicht so umfangreich. Den kannst du eigentlich, wenn du jetzt nicht gerade dich komplett ablenken lässt, von allem möglichen drumherum. Wenn... Aber auch so, also das ist jetzt kein... Kein 50-Stunden-Spieler, also das ist... Ich glaube, in... 7 Stunden oder so durch. Also... Ich weiß nicht, wie... Ich habe kein genaues Ding, wie lange es dauert, kein genaues Wisser, aber auf jeden Fall nicht so groß. In der 2 weiß ich ganz, also in der 2 habe ich selber nicht großartig gespielt, aber das kann man eigentlich auch mal ungefähr zusammen machen. In der 1 habe ich immer noch auf dem Schirm, aber ich habe den mal angefangen, habe ich immer vor Ewigkeit... Hat man das schon auf? Selbstentment? Nein, nein, ganz durch. Also wie gesagt, ich habe angefangen zu let's playen und bin auch schon relativ weit gewesen. Müsste ich immer gucken, dass wir für den Fall noch fällig... Komm, ich glaube, dazu kommen neue Formale. So, was ich gerade vom Moment hervor... Das sage ich ja schon länger vor, dieses Format, ja. Einfach durchgezockt, so. Ich habe eigentlich... Ich habe schon einen Namen gehabt, aber ich glaube, ich nenne es irgendwie Endgame. Fand ich ganz witzig. Mal gucken. So, dann kann ich mal ein paar Spiele endlich mal vollenden, weil es ja irgendwie... Ich meine... The Pile of Shame. Wenn ich hier so umgucke... Ich habe gar nicht zu zocken, Alter. Noch vier Jahre durchgelegt. Ich habe gesagt, Alter, wenn ich ohne Scheiß... Wenn ich für ein, zwei Minseln gestattet werde, meine ganzen Spiele, Alter... Gut, Alter. Guck mal, zehn Jahre, da darfst du ja nichts lassen, ohne Probleme. Also ich finde, auf jeden Fall mich beschäftigen. Ähm... Und wir haben ja super Schnäppchen gemacht. Haben wir das? Horizon? Oh ja, wir haben Horizon. Die Hälfte? Für 22,50 Euro. Haben wir uns beide geschnappt. Ja, auf jeden Fall eine Complete Edition natürlich. Ich habe sie schon in der normalen Version habe ich sie schon gezockt. Und da... Und ich habe das Item auch gekauft. Das habe ich gedacht, für die Sammlung, um die Complete Edition. Und ja, ist halt ein mega geiles Game. Also da muss ich auf jeden Fall nichts... Ich habe sie im Kino gesehen. Ich habe sie im Kino gezockt. Oh... Ich darf mal... Das wird zwischen durch. Ähm... Nicht mal zum Schoko... Äh... Ja, im Kino, Alter. Stimmt ja, das... Ja, gut. Wer es nicht... Im Kino wird zockt, auf der PlayStation. Ja. Ich habe zu meinem 30. Geburtstag von meiner Frau habe ich, ähm... Ja, quasi ein Kino gemäht bekommen und durfte da auf der großen Leinwand mit meiner PlayStation zocken. Mit meinen ganzen Kumpels um mich rum. Und... Es war relativ mega geil. Also... Kann man mal machen. Also für alle Leute, die noch keine Idee haben, was man zu einem coole Runde Geburtstag machen kann, dann... Es ist eine absolute Empfehlung, auf jeden Fall. Ähm... Ja. Habe ich Horizon gezockt. Habe ich schon mal so einen fetten T-Rex-Dinger da gelegt. Ja. Es war richtig cool, ey. Hat richtig gepasst. Mega geil. Ja, war wirklich mal cool. Ja. Aber leider nicht jedes Jahr. Also... Schon jetzt zwei Jahre her. Oder? Nein. Sag mir mal, wie alt ich bin. Sie wissen auf jeden Fall, dass du zwei Jahre älter bist als der Runde. Nee. Ich habe ja gerade schon seitens ein 30. Also... Ich habe ja gesagt, dass du 42 bist. Hahahaha. Man sieht das Alter halt schon nicht an. Das ist gut. Außer bei der Augeregel vielleicht. Oder so. Das macht aber das Licht von da oben. Mhm. Ich denke es auch bei mir nicht sehr ausgereiht. Schatten spürt immer so Schatten. Wirklich. Habe ich gar keine Augen. Ist bloß ein Greenscreen, wo du es macht. Ja. Das ist der alte Filter. Wegen dem Look. Ähm... Ich kann mal kurz die Spiele zeigen, oder? Da habe ich so, boah, was ich denn hingelegt habe. Da drüben irgendwo, oder? Jetzt lau ich mal kurz durchs Bild. Uh, uh. Meine... Gute Hose. Passende Hose. Hahahaha. Hahahaha. Die Hose war doch eine Wäsche jetzt. Hahahaha. 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 Cool. Das war jetzt geplant. Warte mal. Yoshi! Huuui. Huuui. Der Stapel voll. So. Hahahaha. Ausgegreent. Hahahaha. Wir haben durch die Yoshi gefunden. Der ist ganz ganz selten, Alter. Das ist... Geil, oder? Limited Edition. Von Yoshi. Er ist grün. Und ich weiß nur, warum der ausgeblendet wird. Keine Ahnung. Also... Komisch. Komische Kamera manchmal. Hm. Was richtig cool ist, was wir mal gefunden haben. Es gibt... Blu-Rays. Ah ja. Blu-Rays mit Deadpool-Cover. Wo aber nicht Deadpool drin ist, oder drauf ist. Sondern es ist wirklich... Da drin. Nur dass das Cover halt eben... Von Deadpool geziert ist. Oder verzieht ist. Wie auch immer man das sagen will. Also wenn man sieht, hier ist einfach nur... Speed drin. Und hier gibt es verschiedene Versionen. Hier gibt es... Plane der Affen. X-Men-Teile. Etliche. Wirklich witziges Zeug. Und witzige Cover. Also... Für Leute die sammeln. Und gerne da irgendwie Zucker hinschmieren. An ihrer Blu-Rays. Fällt mir Fall eine feine Sache. Und... Da ich Speed noch nicht hatte auf Blu-Ray. Natürlich auch perfekt für diese Sammlung. Da haben wir natürlich gestern noch Trials rausgelassen. Endlich. Bisschen zerspätet. Und auch hier mit durchsichtigem... USK-Logo. Trals Rising kam mir jetzt auch vor knapp einer Woche oder so raus. Habe ich jetzt eigentlich quasi von meinem... Von meinen Geburtstagsbrutscheine noch rausgelassen. Ähm... Dann haben wir noch... Habe ich mir noch The Town of Light gekauft. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Habe ich auch mal sehr gespannt. Das habe ich auf dem Krabbeltisch irgendwo gesehen. Da dachte ich, hey cool. Also... Das kenne ich vom Namen her. Also... Bewusst... Was mir nicht was es ist. Ich finde es ja geil, dass das ein... Mit echten... Mit echten... Genau. Da sind sogar Karten da drin. Von den original Schauplätzen. Die praktisch in dem Spiel dann irgendwie versoftet wurden. Ähm... Können Sie mal raus? Ja, kann ich mal raus holen. Also sind auf jeden Fall wie so eine Art Poschkarten. Quasi die dann... Sind sogar eingeschweißen? Nee, eingeschweißen. Wie gesagt, echte Schauplätze, die du im Spiel dann... Ähm... Begehen kannst. Und da sind irgendwelche... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein richtiges Horrorspiel ist oder... Also auf jeden Fall... Ja... Cool aus. Schöne... Schöne... Schöne Drucke eigentlich, ne? Das muss man echt sagen. Das sind hochwertige... Hochwertig bedruckte Dinger. Original Schauplätze, ne? Ich weiß nicht, ob da die Verbrechen dann stattgefunden haben. Ich weiß nicht, was für ein Spiel das ist, ehrlich gesagt. Ob das jetzt irgendwie... Also schon so ein bisschen Füller-mäßig, oder? Also Horror, glaub ich, ist nicht drin. Ja, ich krieg's nicht auf die Reihe. Spiegelverkehr. Also Horror ist nicht, ne? Glaube ich. Das ist eher so ein Füller. Bisschen so rätsellastiger, glaube ich, schätze ich mal. Echt? Also eher so ein Walking-Simulator. Das können wir ja nachher mal einspielen. Ja, aber wir werden auf jeden Fall nachher mal... kurz eine Runde anzocken. Ähm... Auf jeden Fall cool. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt... Das hab ich mir jetzt nicht gestern gekauft. Obwohl ich mir jetzt keine noch... Also das eine hab ich mir gestern auch noch geholt beim Ding. Und das ist... Äh... Dragon's Crown. Mega geil. In der... also ja... Für die PS4. Die Dragon's Crown Pro. Und das ist eine Steelbook Edition. Ich weiß auch, ob man es jetzt gut erkennt, aber... Ist auf jeden Fall so erhaben das Ganze. Also geiles Steelbook, wo halt hier oben... Wie gesagt... So geil... Ähm... Ausgeprägt ist in dieser Aluschale. Und ja... Lass ich auf jeden Fall auch... Original gepackt. Weil das... Ist sehr sehr geil. Auch quasi für den Apfel und Ei gekauft eigentlich. Also war eigentlich nicht teuer. Oh... Müsst grad auch schon fast auf der Hand fallen. Naja... So... Dann haben wir jetzt wie gesagt noch... Horizon hab ich mir vor kurzem noch bestellt. Ähm... In der Complete Edition eben. Für Apfel und Ei. Das ist ja unser Schnapper. Ja... Auf jeden Fall dann hab ich mir noch... Complete Edition für die... Ja... Für die Sammlung hab ich mir noch... Hellblade. Die Nummer Sacrifice gekauft. Eins von den geilen Spielen, die ich im ganzen Leben jemals gezockt hab. Und ich hab das halt nur digital damals geholt. Weil es... Zu Release nur... Digital zur Verfügung stand. Und dann dachte ich mir... Ich muss es einfach für die Sammlung noch haben. Weil es auch... Die Spiele halt auf jeden Fall auch dient. Ist von mir aus dreimal gekauft zu werden. Also... Ähm... Schade ist jetzt... Für die gut. Für mich ein bisschen schade, dass die jetzt zu... Ähm... Xbox gegangen sind. Zu Microsoft gegangen sind. Da hat es unter Vertrag stehen die Leute. Hoffen wir, dass trotzdem noch genug kreative Freiheit haben. Und weiterhin geile Spiele machen. Weil die haben jetzt... Die haben auch so viele geile Spiele gemacht. Steht auf meiner Liste. Ja. Auf meiner ewig lange... Also... Wie ich sage immer gern wieder... Also... Hier... Heaven Resorts. Enslaved. Ähm... DMC haben sie noch gemacht. Ähm... Ja... Enslaved. Also... Wir haben echt geile Spiele gemacht. Wir haben echt geile Spiele gemacht. Eigentlich bisher. Und... Deswegen hoffe ich mal, dass noch was Gutes kommt von denen weiterhin. Oder habe ich mir noch beim... Elektromarkt... Das Chanel gekauft. Und auch in dieser Complete Edition quasi. Ähm... Mal gesperrt. Ich habe es noch nie gespielt. Aber sah irgendwie interessant aus. Und... Es ist auch wieder so ein Sammelding eher. Aber ich weiß, dass die... Ist es jetzt Boxschwerer? Es kann sein, dass es Boxschwerer ist. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz cool. Weil... Ich weiß, dass diese... Andere Auflage... Wo ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob es zwei Spiele jetzt da drin sind. Auf jeden Fall... Sieht so aus, als wäre das Genie und Hero. Keine Ahnung. Teil 1 und Teil 2 oder so da drin. Ich habe es nicht ganz gerafft. Aber... Sieht sehr cool aus. Und wie gesagt, für die Sammlung. Ich wollte es eigentlich auch wieder so eine Sache. Ja... Da ist ein Künstler-Handbuch drin. Soundtrack CD. Und natürlich lauter halbnackte. Echt? Ah, okay. Ich weiß, dass es halt ein bisschen kindlicher aus vom Look her. So drauf geachtet, ob das jetzt so... Krass anime-mäßig ist. Ich habe gar nicht auf die Brüste geguckt. Was? Na, guck mal, Mann. Offizielles Artbook. Ich gucke. Ja, so langsam muss ich... Mein... Cool, cooles Zimmer... Wow, wow, wow! Kurzzeit, der muss leer. Mein Tee versichert. Alles okay. Alles gut. Kein Tee verschüttet. Keine Angst. Tee ist alles noch gut. Alles im Tee. Ähm... Alles im grünen Tee... Ja, egal. Alles in Stress, ey. Ja, so langsam muss ich mein Zimmer anbauen, glaub ich hier. Also... Du brauchst da einen Balkon. Und wir überwachten... Eigentlich hab ich doch noch eine Terrasse da hinten. Achso, ja. Eine Terrasse. Ich schenke mir auch noch ein bisschen kaschlicher Tee nach. Hm. Dosen-Tee. Wie er dampft. Oh. Ich hab einen Schuss nicht dazu, aber... Geht aus schon. Ähm... Ja, was geht's schon schon? Ähm... Wie gesagt, ein paar neue Formate hab ich auf jeden Fall im... Betto. Was war denn das? Wird hier ein Wachtel geschossen wieder? Eieieiei. Hm. Vermutlich. Also, wie gesagt, ein paar neue Formate. Wir sind auf jeden Fall unterwegs quasi. Jetzt gleich noch bisschen was geschnitten. Und... Ja, wie gesagt, Gameplay-Videos wie heute auch. Ein paar Stück machen auf jeden Fall. Machen wir nachher auf jeden Fall ein bisschen... Ähm... The Town of Light. Wie man auf jeden Fall dann auch. Und... Wie gesagt, ja, Tee-Time. Gibt's auch hoffentlich regelmäßig. Mal gucken, wie wir's auf die Reihe kriegen. Aber so einmal eine Woche, wenn wir mal hinkriegen. Auf jeden Fall, dass wir da kurz mal eine halbe Stunde, Stunde hinhocken. Und ein bisschen quatschen. Über aktuelles Geschehen bei uns quasi. Was gibt's bei dir noch? Gibt's bei dir noch irgendwas, was du... Auf dem... Herzen hättest? Wo du... Wo dir einfällt grad spontan? Nee. Wochende war... Wollen wir erst mal wieder auf dem Floh machen? Ich würde sagen, über das Training rede ich nächste Woche. Wenn ich beim Wiegen und Messen war. Oh yeah! Äh... Aber sonst... Liegen und Messen. Ja. Ja, nee. Also dann war's von mir eigentlich auch im Großen und Ganzen alles. Ähm... Freu mich auf jeden Fall auf nächste Woche, wenn wir hier in unserem... Äh... Zum Heli hier auf unseren Landsitz fliegen und... Wachteln. Erstmal nach dem Wachteln schießen, damit wir da so einen genüsslichen Tee schlürfen können. Ja. Und... Dann würde ich sagen... Verabschieden wir uns für die heutige Folge. Schlürfen noch ein Teechen. Mein dir. Und... Ja. Sagen... Cheerio. Cheers. Und... Bis dann. Haut rein. Und adieu. Okay, wenn's jetzt funktionieren würde, wär's natürlich cool, aber... Jetzt losen die jetzt bestimmt gleich. Ja! Ja. Ja. Ja! Ja, ja! Ja ja, ja! Ja! Vierst!